Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Tobinny. Fokussier du scheiß Kamera. So, wir haben hier einen Wäscheständer 3XD39000. Hergestellt aus China von den kleinen Corona-Händen. Und ich würde mal sagen, wir packen mal das Ding hier aus. Ja, das ist eine Folie. Und jetzt wird es Zeit. Deine Seele. Entspann sich. So, ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Cut. Und dann packe ich mal das Ding aus. Aber vorher muss ich ihn noch abstechen. Ja, ja. Deine Seele entspannt sich. Ah, ja. Aha. So, da bin ich wieder zurück. Ach, Moment mal. Vergiss. Ta-da. Magie. Fokussier du scheiß Kamera. Ah. Mann, was für ein toller Wäscheständer. Und jetzt kommt ein kleiner Tutorial, wie man mal dieses Ding aufbaut. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir mal das Teil mal auf. Fokussier du scheiß Kamera. Und jetzt, das Teil einmal aufklappen. Und wie von magischer Zauberhand, das Ding sich öffnen. Mann, was für eine Technologie. Und jetzt, um den Boden nicht zu verletzen, hat man uns diese drei Dingern hier mitgeliefert. Diese hier. Zeigen wir hier. Oh, mal fokussieren. Hey du Peser, fokussier. Ah. So. Das sind zwei, naja. Dünner. Und die steckt man jetzt hier raus. Moment mal. Und jetzt, wie von Zauberhand. Na du scheiß Nigga Kamera, warum fokussierst du nicht richtig? Ah. Seht ihr das? Die Nüppel werden auf das Arschloch, äh, in das Loch eingesteckt. Und jetzt, drehen wir diesen Wäscheständer mal um. Drei, zwei, eins. Voila. Mein Wäscheständer. Ist das nicht fantastisch? Ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem kleinen Review. Einen schönen Tag, Club. Meine Liebk душi. Three, two, three. Wait.